INFORMATION! Schickt dir den E-Mail! INFORMATION! 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 Lübeck! Die nächste Runde geht los! INFORMATION! Das dauert schon lang, ne? Was für die Besse braucht! INFORMATION! Okay, jetzt kommt der Klo! Pass mal! INFORMATION! 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 Okay! Choreografie! INFORMATION! INFORMATION! Nübeck! INFORMATION! INFORMATION! Vielen Dank! INFORMATION! Vielen Dank! INFORMATION! Hat das auch noch dummstellen, ja? Hier, t спасибо! INFORMATION! 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 Lübeck, professionell. Vielen Dank für den Applaus. Diesmal kommt er nicht vom Bahn. Das war eine Premiere. Wir haben den heute mal in der Remix-Version gespielt. Hat man gemerkt. Der nächste Song ist ein bisschen textintensiver. War der schon mal in Lüneburg? Lüneburg ist jetzt auch eine Hansestadt. Wir sind verbündet. Hansestadt! Lüneburg. Der nächste Song hat einfach nur Lüneburg und ist im Original von Escape Hawaii. Haben wir den geremixed? Ja, ne? Ja. Wir haben den geremixed und der heißt jetzt Lüneburg. Hieß der im Original oder heißt immer noch im Original 1. Klingt und der klingt so. Bitte sag mir jetzt sofort, was läuft falsch in dieser Stadt? Bitte sag mir jetzt sofort, was läuft falsch in dieser Stadt? Ach, was für ne schöne Stadt. Wir haben Wachsternhäuser. Die sehen aus die Tapswelt. Hier kauf ich da aber gerne ein. Wir haben einen Kurpark. Oh, das ist ja schön. Wir haben ein Wendbad. Oh, das haben wir auch. Ja, wir haben sogar einen K-Stadt. Ui. Und ganz viel Kultur. Ui, 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 ui. Ja, das haben wir auch. Ui. Wir haben sogar einen K-Stadt. Da macht keiner drauf. Da macht keiner drauf. Und diese Seilstau. Und diese Seilstau überall in der Stadt herumsteht. Die Ebenau zeigst um ne Ecke. Dort finden wir Stimme. Die haben reden, aber schmeck'n gut. Ja, die haben reden. Die haben reden, aber schmeck'n gut. Bitte sag mir jetzt sofort, was läuft falsch in Lüneburg? Bitte sag mir jetzt sofort, was läuft falsch in Lüneburg? Ach, diese wunderschöne Stadt. Hier fahren Busse. Busse, Busse, Busse. Leider nur bis acht. Ja. Aber da... Aber da... Katastrophe! Sammeln uns dann ein. Ach, was für ne wunderschöne Stadt. Lüneburg! 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 Wuhuuu! Handel Start! Wuh! Oh! Vielen Dank! Danke, danke, danke! Dieses Herzklappern oder was auch immer bedeutet, es wird ein bisschen gefährlicher Eine... Klappern! Man kann nicht mit dem Herzen klappern, ne? Oh, wir schulden euch ein Strobo-Scheiße Ja, egal, weiter, das zahlen wir schon irgendwie Es kommt ein Stunt und zwar einige, die letztes Jahr schon hier waren, wissen dass Timo Niki Lauda-Fan ist und er wird jetzt seinem Schicksal nach spielen mit dem Schicksal nach Schicksal nach Schicksal nach Schicksal nach Schicksal nach Okay, also Konzentration Ich bin Ich bin Ich bin Ich bin Speed Niki Lauda Ich bin Ich bin Niki Lauda Ich bin Ich bin Spill Niki Lauda Ich bin Spill Niki Lauda Spill Niki Lauda Ich bin Ich bin Ich bin Spill Niki Lauda Spill Niki Spill niki Barre Okay, also, Konzentration. Ich bin... Scheiße. Ich bin... Bin... Ich 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 bin... Rennen! Rennen sie lauter! Okay, also, Präsentation. Auch das war ein Remix. Lübeck, wir haben noch einen Song für euch. Unser letzter Song, Lübeck, habt ihr noch Bock? Lübeck, habt ihr noch Bock? Lübeck, habt ihr noch Bock? Der letzte Song heißt Die Uhr. Die Uraufführung. Und jetzt will ich alles von euch sehen. Runter von der Treppe! Kommt her und tatscht mit uns! Warte, ich leg euch den Text bei! Der Text also! Passat die Uhr Uhr! 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 Ua 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 Was sagt die Ua 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 Last Tick und tuck is euer Paar Lübeck Tic-tac, Tic-tac, Tic-tac Tic-tac, Tic-tac, Tic-tac Tic-tac, Tic-tac Tic-tac, 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 T Kuscheln machen wir Backstage nachher, aber weil wir merken, dass ihr langsam wisst, wie die Uhr tickt, haben wir das gleiche Lied nochmal vorbereitet und als Remix. Schmeißt alle in den Scheiß, keine Aufschweife. Und jetzt alle tanzen. Wir tanzen auch nur, mehr haben wir jetzt nicht vor. Genau da Leute, das ist ein Rave hier. 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 Das ist ein Rave hier.